und da sind wir zurück liebe leute weia billions ja zweite runde heute zack um ende aus hier haben wir hier wurden der wunderbar gefördert müssen das oha haben wir gleich gelaufen perfekter zeitpunkt würde ich sagen wir machen weiter ein paar veteranen dabei ist das ist auch sehr schön da freue ich mich auch besonders wir auch fünf haben es ist auch so dass ich hier nochmal fünf für dort dann war ich alle position soweit abgedeckt das läuft noch ein bisschen gucken dass ich hier einem anderen zu rande komme mir hat hier lieber noch nicht da bin ich noch zu wenig dran echt weiter nicht zu sein aus der zombies ist natürlich sehr bedauerlich für mich was zum nein bleib mal hier brauche ich da seht ihr zum aufsteigen nämlich 80 brauchst du noch ja das wird nichts naja das machst du schon noch irgendwie so ich würde schon mal sagen ich kann mir langsam wieder mal angewöhnen neue mühlen zu bauen ich habe nichts anderes da hin das passt so in den passen oder dann würde ich dann noch mal einen tesla turm hinstellen würde ich hätte ich denn habe ich alles nicht wird zeit für ein paar farmen 15 dafür sich mitten im grünen bin offenbar haben grünfläche auch damit zu tun weil ich jetzt hier in bonn wirken hier mal 1 eis hat weiter nix so ist es alles sicher 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 redet euch das ein erhofft euch das ruhig ich muss doch wieder tun zwei leute töten dann müsste auch ein level hoch ok weniger als 20 sehr schön gibt offenbar 1,5 prozent pro kill was man die gezielt aufsteigen sobald was geht ja das dazu ende mit aufsteigen ist ein glück haben wieder aber haben wir bald die ooo liebe leute ich brauche hier unten ganz dringend gott danke das war knapp ja man darf schon eine sekunde aufpassen dann ist man sofort eine einzige zombie der kann das ganze spiel echt ruinieren das ist unglaublich ist wirklich so egal wie groß und toll du bist weil du alles gebaut hast ein einziger zombie reicht aus im dümmsten fall und der macht dich einfach alle ist wirklich so egal war da war einer gewesen ach da ist auch wieder was aber hier bestimmt auf dem weg gewesen oder natürlich oder auch nicht ach keine ahnung nervt mich so oder so ich muss sowieso alles tut was ich so habe also abgeht so ein paar holz hüten einbauen demnächst auch wieder schön dann habe ich ein bisschen nahrung anpflanzen kann ich eigentlich schon anfangen mit meiner tollen sache lieber hier und da noch mal das ist mal besser wie gesagt ist immer schön aus hier 23 aber das blockiert ja alles drumherum ich kann hier können wir jetzt machen das schön schön doofen haben wir weniger als ich eigentlich haben wollen könnte würde ja dahin passt 21 dort zu ladern kriegst kein geld von mir was sollen das jetzt mal tacheles gesprochen hier läuft das auch ja wunder doch was machst du ja ja den spruch kenne ich auch schon ein paar mal schon gehört ja hilfe ja kein guter plan vielleicht aber ein plan ist es auf jeden fall doch doch würde ich schon so sagen ach mal können da rumlaufen auch toll 92 prozent also wir haben es gleich geschafft 93 nicht besser geworden schaffen wir schon noch auch fleißig weiter an der stelle gut ein bisschen nahrung auch dazu der ist auch fertig geworden eine hütte und eine farm die beiden sachen sind sinnvoll wert zuerst die farben dann die hütte und so machen wir das auch und nebenbei weil mehr ist immer besser wegen so war hier zum beispiel da kommt schon wieder welche angelaufen das gibt es doch gar nicht schafft aber die eine alleine würde ich sagen die anderen machst das alle machen da oben weiter das klingt oder am guten plan das gibt es doch gar nicht noch vielleicht noch eigentlich noch zweimal schauen was was haben die im griff alles gut das hätten wir geschafft was läuft alles das läuft alles trotzdem muss ich mal wissen weiter bauen hier am platz lassen würde ich sagen bei hier auch noch wunderbar und ende naja klar aber bald ist ein lager siehst du ganz vergessen ob es zehn arbeiter möchte jetzt habe müsste ich zehn jassen vier fünf sogar habe ich mal jetzt die gleiche lagerhalle bauen hier wissen was an produktionen besser schön weitermachen da oben bisschen riskierend zu haben aber was soll es ist es halt trotzdem ich bin ein sehr riskierender spieler nicht immer das besser machen kann aber hey nur ist nur von ihr wisst ja so sieht es halt aus ich denke wenn ich generell nicht so auf diese die sie hier stehe ich glaube hier wenn ich sie trotzdem holen so fähig eine eisenquelle finde irgendwo siehst du habe ich noch gar nicht gefunden bisher weil wenn ich den dicken da oben kalt machen muss kann ich mir vorstellen dass diese gepanzerten typen doch durchaus was bringen dann habe ich keinen plan wenn ich den tod kriege 7000 leben ist eine fiese anzahl an leben ich weiß ja mein schaden hier 1 zu 1 14 punkte schaden macht oder weniger am ende sogar noch dafür so ein bisschen mehr wer weiß ich bräuchte 70 sniper angriffe für die 70.000 7.000 leben hat er ok trotzdem 70 äh ist schon eine gewisse menge die ich dann kills brauche und da oben gelaufen keine ahnung wie sowas wir machen egal so was wieso passen wir nicht auf hier ok feuer man 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 kann man ja laufen lassen die die unten die leute was aber trotzdem was angemassen einigermaßen im griff ja ich bin ich überall gleichzeitig lasst mich mal Habe ich schon erwähnt, hier No Risk No Fun. Das ist super lustig, so zu spielen. Ja. Ich kenne Farm. Kann ich das schon bauen, aber nicht. 55, ja. Hier wäre es besser gewesen. Aber ist auch in Ordnung. Hier ist klar, ist dann Eis. Da ist 0. Aber ihr seht, ich habe hier nicht die geilsten Spots dafür. 77, weil ich weiß ja das Beste, was ich haben kann. Aber es kann sein, dass beim Survival von vornherein mehr drin ist. Sondern hier quasi im Forschungsbaum noch erhöhte Produktionen freischalten kann, wenn es auf 77 kommt, weil hier ist 64 eine klare Zahl eigentlich. Wahrscheinlich habe ich in der Kampagne aber schon diesen Bonus, den es wahrscheinlich auch hier gibt, den ich noch nicht gesehen habe und nicht bemerkt habe, automatisch mit drin, wie bei anderen Sachen halt auch. Dann wäre ich hier mit 64 doch gut dabei. D2 an dieser Geschichte. Aber ich gucke erst noch tatsächlich, wie ich die Lagerhalle platzieren kann, wenn ich sie anbauen kann, das ist ja auch noch ein bisschen. Bevor ich die Farm jetzt dahin setze. Wäre aber nur noch ein bisschen wichtig, tatsächlich. Feuer, Feuer, Feuer. Oh, 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 oh. Okay. So, wenn man ganz was hier reingucken, ob da noch immer drin ist. Ja, da kommen wir schon zu uns angelaufen, siehst du? Ja, das ist echt gefährlich hier unten. Auch 5, nur Nummer 4 haben wir jetzt hier. Ihr macht das alle, ne? Völlig zuversichtlich. Hier machen wir ganz Pause, ja? Standhalten. Dahin. Und hier ist Ende Gelände. Aber, naja. Das offene Ende. Aber hier kommt ja wahrscheinlich nichts groß raus in der Mission. Kann man nur hoffen. Wissen tun wir es natürlich trotzdem nicht. Wenn es schwer mehr kommen, als ich jetzt mal eine Puppelwelle nebenbei komme, das kann trotzdem passieren, bin ich der Meinung. Und ja, das ist genauso was wie die Farben vom Umfang her. Oh, es ist so schlecht, wo ich hinbauen kann. Das ist ja eklig. Das ist mir die Mühe da am Weg. Könnte ich besser hier aber abreißen und wollen es hinbauen. Aber was mache ich auch, wenn ich hier beide Farben sich hinbauen möchte, im Blick habe. Ja, ich weiß. Vielleicht habe ich nicht genug, ist mir klar. Aber das ist es mir tatsächlich wert. Es bringt auf lange Sicht aber ein bisschen mehr für uns, würde ich behaupten. So, wo wir schon dabei sind. Ein bisschen erweitern das ganze Gebiet, ja? Dankeschön. Ja, so bin ich. Äh, was? Spinnst du wohl? Ah, ja. Siehst du, da kommen schon wieder welche aus dem Nichts. Habt ihr gesehen, ne? Links haben... Oh, apropos dem Nichts. Ich muss wohl doch hin und wieder mal ein bisschen was zum Verteidigen bauen, was stationär bleibt. Die kommen doch teilweise aus dem Nichts gespawnt. Also, wie gesagt, die Typen, die da sind, die man tötet, sind weg, wenn sie weg sind. Aber es kommen halt doch neue gespawnt aus dem Becken, wenn man nicht aufpasst. Weil ich gerade so wenig, und ich glaube, dass es eher ein Überbleibsel ist von dem, was vorher da war, als alles andere. Ich weiß es nicht genau. So, und da hin. Passt. Und jetzt eine Farm. Fehlt der Polz wieder mal. Ja, wir haben gleich ein größtes Lager. Alles gut. Das kommt ja alles dann. Nee. So ist es ja gedacht. Na, kommt ihr klar? Schön. Hallo. Holz. Dann brauchst du den. Danke. Ich bin zwar... Na, so was schön nicht dran bauen, wenn ich will. Bauen wir es dicht as possible. Weil... Energie sparen eine tolle Sache ist. Und wieder minus 1. Ich weiß nicht, wieso. Eben war 0,3, so ist minus 1. Etwas so aus dem Nichts heraus. Warte, ich habe hier oben. Wo kommen die jetzt so wieder her? Oha, es war auf dem Rad gefährlich da oben. Stellung halten. Wie ist das hier? Wo kommen die alle her? Was zum... Sie müssen hierher gekommen sein. Die schatten ja alle dort. Nichts mitbekommen. Oh, Mann. Ich habe die hier stehen. Der Sniper auch. Und die hier. Dürfte, wenn du ab, doch von hierher kommen. Das heißt, ich wollte auch noch welche hin. Da ein bisschen, aber wenn ich die Arbeiter habe, was natürlich nicht der Fall ist, gerade ist auch klar. So. Na, muss ich auch noch machen. Mist. Okay. Alles klar. 77 durchs Lagerhaus. Jetzt. Auch gut. Da haben wir nicht ganz sicher. Das durchs Lagerhaus 77. Ist in Ordnung. Aber 77 ist 77. Immer her damit. Ist auf jeden Fall eine ordentliche Zahl. Ich habe jetzt vor allem ein größtes Lager. Kann also auch mehr auf einmal bauen. Wenn ich dann muss. Kommt die schon wieder her. Es gibt es einfach nicht. Die spawnen doch aus dem Nichts. Ach komm, kann mir keiner erzählen. Aber wie gesagt, ich war nicht sicher, ob das jetzt für die Kampagne gilt oder für den Survival-Modus. Aber in der Kampagne, wo mein Ziel ist, alle auszurotten, das ist schon doof, wenn die random spawnen, oder? Egal. Fertig hier. Ich brauche neue Schützen und so. Na. Guck mal weg, bitte. So. Als geht. Und dann noch welche hin. So. Immer schön was zum durchlaufen lassen. Ganz wichtig. Aber zumindest sehr praktisch. Die einzig wahre, ganz genau. Jetzt machen wir das so. Furchtbald hier meine Elite-Jagd-Inhalt zum Säubern von generellen Sachen. Stell dir meine drei Leute ab. Drei Formationen, die jeweils dann das verteidigen. Und werde nebenbei noch ein bisschen meine Armee generell aufbauen. Aber das sagt sich alles so leicht ohne Eisen. Und ohne die Möglichkeit, diese hier zu rekrutieren. Ob hier was finden werde, ich weiß es nicht. Was ich machen könnte, möchte ich sowieso hier im Säubern, wo ich jetzt nie ane, kann ich doch eigentlich auch einen Turm hinbauen. Das ist eine Reichweite noch ein bisschen erhöht. Wäre doch relativ sinnvoll, oder? Sehr schön. Hüttenfertig. Ab. Haut auf. Los geht's. Bevölkerungsexplosionen. Ja. Schön, 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 schön. Walsch. Aber das war's wieder. Mehr kann ich leider nicht bauen. Damit bin ich am Ende. Also, mir kann ich erforschen, meine ich. Das ist natürlich ungünstig. Noch die Arbeit ist noch nicht gefüllt, weil er zugänglich da war. War auch toll. Sieht immer alles so schön am Anfang und dann ist es doch nicht so einfach. Kampagne ist eben nur noch ein bisschen was anderes als der Survival-Mode. So, mein Guter, auf mit dir. Mh. Na, kommst du doch auch ran an? An die da? Äh, ich glaube nicht. Schade. So, Leute, kommt. Ich brauche euch. Ja, Licht ist an. Geil, um Artikel. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann passt das da auf. Dann habe ich alle kritischen Stellen abgedeckt. Mit mindestens 5 Leuten. Ich sollte das Wesentliche, soweit ihr abhalten. Ich mag meinen Sniper. Ich brauche mehr Mühlen. Komm mal hier, wunderbar. Da weggemacht, dahin gesetzt. Viel besser als vorher. Und es läuft trotzdem. Da noch eine hin. Ach, schön. So mag ich das. Meine Bogen und Arrows sind bereit. Ich habe die Produktion so schön besser geworden als zum, vielleicht so vorher. Das ist auch toll. Ich mag die Lagerhalle einfach. Die ist super. Lagerhallen sind mega super. Oh, oh. Na? Na gut. Sollte wir noch ein, zwei zu denen dazugesellen? Wenn meine, so später, nicht sofort. Aber generell würde ich das ganz gerne tun, tatsächlich. Damit die aber noch ein bisschen mehr Power haben. Echt eine geile Hände. Ich mache es ja sowieso ganz gerne. Ist ja auch sinnvoll. In dem Spiel so meinen Wohngebietsbereich. Und dann 1, 2, 3. Je nachdem, was sich so ergibt in der Karte. Ist ja, weil im Modus immer noch ist klar. Industriebereiche zu bauen. Und da entsprechend alles so getrennt zu haben. Funktioniert eigentlich ziemlich gut, soweit. Bisschen Holz, der geil. Ich könnte mir auch Holz holen von hier oben rein eigentlich. Ich spreche nichts dagegen, oder? Steine, schöne gute. Ich brauche keine Steine, außer eben hierfür. In einem aktuellen Spiel. Ich habe keine Gebäude, die Steine brauchen. Außer eben die Kaserne. Ich habe auch noch Steinmauern, Steintürme. Also ich brauche Steine nicht, überhaupt nicht. Außer eben, um Leute generell bauen zu können. Ist ganz nett und merkwürdig, aber trotzdem. Aber ich brauche zumindest nicht ewig die Steineproduktion, denn es lohnt sich einfach nicht für mich. Kann also auf die Ressourcen mehr oder weniger verzichten. Das ist ganz praktisch so gesehen. Aber ich glaube, hier ist ja so ein Eingangsbereich. Wenn ich mir nachher die Typen vornehme, werde ich hier alles schön zumauern, mit Türmen und so weiter und so fort. Dann losschicken, den anlocken und dann... Weil ich kriege hier nicht... Keinfach nicht in dem normalen Kampf tot. Ich schätze mal, dass die mehrere Eingangs, die mir auf einmal treffen wird mit einem Schlag. So im Nahkampf, kann ich mir vorstellen. Oha, ist hier los. Die Kitt, die Kitt, die Kitt. Stopp. Ja. Wäret ihr... Veteranen wäre es hier anders gelaufen. Seid ihr aber noch nicht. Es gibt auch eine, die man selbst erbauen kann, die sowas quasi als Nahkampfflächenschaden machen. Und sind auch so dick aus wie so einer. Also... Deckt man das? Oha. Fuck. Das war wieder zu viel von mir. Woher ist es so weit zurück? Dann muss ich ein bisschen wohl strategisch vorgehen, um nachher die Typen kalt zu machen. Das sehe ich ziemlich eindeutig. Aber alles kann nur leben. Okay, gewinnen, wenn wir so weit sind. Aber erst mal hier alles aufbauen. Das ist eine andere Geschichte. Dauert ja auch noch eine Weile. Zack. Auch echt mehr Holz, liebe Leute. Und demnächst wieder ein bisschen mehr Nahrung, ne? Das kommt noch dazu. Aber das kriegen wir dann ja hin. Ich baue ein bisschen nach da drüben, wenn ich wieder Holz habe. Also Holz ist echt begehrt hier. Ja. Da kommen wieder welche, seht ihr? Aus dem Nichts. Wisst ihr was? 4, 5, 5, keine 5, okay. 5. Achso, mein zweites Jahr, der Sniper ist weg, okay. Dann kann ich hier Patrouille eigentlich festlegen. Ne, bin ich nicht, Moment. Nein, doch nicht. Lieber da hin. Habe ich ja hier auch eine gute Sicht, irgendwann. Das ist ja auch vernünftig. Und da kommt wieder ganz viel, oha. Aber die geben, das ist nicht ein bisschen Zeit. Das ist in Ordnung. Da kommt schon wieder jemand, siehste. Ich glaube das, jawohl. Ich weiß sowieso, die Karte ermöglicht mir aktuell nicht, meine besseren Einheiten auszubilden. Also was soll's. Ich muss da ja mit den hierheren klarkommen. Also egal, was ich jetzt mache. Egal, was ich jetzt erforscht hätte. Ohne Eisen sind es bloß Liga für mich. Bestenfalls können ich dann sowas wie die Verteidigungssachen bauen. Ich glaube, da bin ich forschungstädlich noch recht weit weg von, um sowas bauen zu können. So stationäre Verteidigungswespen und sowas alles. Also muss ich sowieso mit dem, was ich hier habe, haushalten. Ja, ich würde eine Farm bauen, ne? Wieder verkackt. Ah, Holz, ey. Holz, Holz, Holz hat hier noch einen Marktplatz, würde ich sagen. Ich brauche einfach eine viel größere Holzproduktion hier. Ich weiß noch nicht genau. Wenn du gute Arbeit machst, vielleicht. Ist hier noch irgendwas eigentlich, oder? Tatsache. Ah, geh bestimmt da drüben hin, oder? Was ganz cool ist. Hier ist alles grün, hier ist alles Holz. Wenn ich hier einen Markt hinbaue, Lagerhalle, meine ich. Kann ich hier komplett alles, vielleicht, mit einer einzigen Halle, oh, komm mal mit nach unten besser. Alles abdecken, idealerweise. Das ist ja natürlich super. Feuer! Meine Güte. Hier ist ja was los gerade auf der Karte. So, ich brauche Energie. Nach wie vor so ein Problem. Ah, eher nach oberen, nach oberen, nach oberen, nach oberen, nach oberen, würde ich sagen. Dann muss ich da auch noch eine hinbauen können. Eine liebe Mühle. Manche auch noch eine hinbauen, sehr gut. Wir wissen ja, ich brauche so einen Platz zwischen Mühlen, ne? Das ist jetzt nicht versteht, warum ich es nicht mache. Das ist der einfache Grund. Und das hier hole ich mir auf jeden Fall für Holz und so weiter. Das sieht doch schnieke aus. Ich brauche ja auch Holz ohne Ende, wie es aussieht. Und Farm wollte ich bauen, siehst du, da war was. Mal sehen, habe ich hier was hinbekommen, weil sonst möchte ich mich dann nach oben hinbauen. Ach, ich mach schon mal so, dass ich die Fläche schon mal zum Teil habe, ne? Ist ja vielleicht ganz sinnvoll. Ah, geht auch wieder hier lang, okay. Aber die Karte ist echt nicht spendabel hier für uns heute, an Materialien zum Einsammeln. Sehr, sehr schade. Ist aber alles kein Problem. Sind bestimmt noch welche übrig geblieben, oder? Ja, wusste ich es doch. Bo, 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 bo. Na? Gott. Haben wir? Ah, komm mal da oben. Ja. Da haben wir doch ein bisschen Nahrung, oder? Jawohl. Cool. Nahrung ist eine wichtige Sache. Dennoch hätte ich ganz gerne mehr Farmen. 64 habe ich hier gar nicht. Vor allem, wenn ich jetzt noch Sägewecker hinbaue, wobei ich glaube, ich brauche sie vielleicht gar nicht unbedingt, oder? Eine mache ich noch, ist egal. Dann, glaube ich, sabotiere ich ein bisschen selbst meine Farmqualität, weil ich ja dann in deren Felder einbaue. Habe ich mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, aber es so ist aber nicht. Da sind wir mal 14 oben drauf. Eine Lagerhalle dazu. Man möchte hier hinbaue. Wie gesagt, ich habe dann komplett alles, was ich hier hinbaue, im Lagerbereich mit drin. Das ist natürlich super. Das machen wir auch direkt so. Das heißt, wir haben auch generell wieder ein großes Income. Und natürlich einfach ein großes Lager. Das ist eine tolle Sache. Ich brauche möglichst schnell und möglichst viel. Dann die Mission, die wir in der Zeit schaffen, die vorgegeben wurde. Ist ja auch logisch. So, und nebenbei noch das hier, wenn wir schon dabei sind. So, jetzt kommt ja eine. Bietet sich ja eigentlich alles ziemlich gut an, oder? Ich würde schon sagen. Ich bin mir immer sicher. Kommt mal her, der Sniper ist gerne mit von oben. Und ihr geht mal hier drüben hin, denn das ist nur noch der einen Platz da. Sniper, mach was bitte. Ich glaube, dass du bist wieder anbefüller, du hast das. Das wäre voll gut. Dauert zwar, muss der anvisiert. Weil die dann auch doppelt so schnell schießt. Ich weiß gar nicht. Ja, die schießt auch doppelt so schnell dann. Und so ein Sniper mit doppelter Schussficker ist natürlich richtig böse. Haut schon rein. Nicht alle abhauen. Weibbar da oben, bis killen, bitte. Boah, trotzdem tausend Leute hier. Mann, 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 Mann. Das dauert aber auch. Aber noch mehr Holz-Income. So, wie es sein soll. Ich könnte hier eine Mauer ziehen eigentlich und dann Turm hinsetzen. Sicherheitshalber. Und hier und da eigentlich, ne? Ebenfalls hier. Ah, ich weiß noch nicht genau. Ich muss noch ein bisschen überlegen, wie ich das mache. So, hab ja ein bisschen Holz gekriegt. Ich mag Holz. So, ich kann auch hier ein paar von dir als Auto machen. Ein paar heißt echt nicht viel in der Stelle. Die schicken wir mal nach da. Hier haben wir ja ein paar. Aber hier sind wir hier. Ach, schön. Hier macht jetzt den stationären da. Hier ein stationären. Okay. Okay. Haben wir auch ein schönes Frühwarnsystem, letztendlich. Apropos, da geht's schon los. Nein, meine zwei. Mein Snap ist ja jetzt weg. Ich mache jetzt meine zwei, das passt. Fünf überstehen haben wir es natürlich eine schöne Sache. Dann ist man auch sichern. Ja, ein bisschen zur Geltung. Ja, okay. Ich habe kein Geld. Lass mich in Ruhe jetzt. So, alles gebaut. Wunderschön. Farm. Ich hätte gerne noch mehr Farmen. 70 klingt verführerisch, aber... Man kann nicht immer alles haben. E5,50 Meter oben ist auch okay. Und die A70 ist das fast höchste, was ich haben kann. Mehr wird es ja doch nicht. Und ja. Weitermachen mit dem Hochbau. Ach. Ich brauche mal wieder eine Mühle. Passt keine mehr, dachte ich mir ja doch. Aber hier. Knapp. Da nehmen es auch vorbei. Es passt keine mehr hin. Schade. Das ist ja schade. Leider wird die Mühle in Energieproduktion durch Lagerheil nicht erhöht, übrigens, bevor ich das mal denkt und fragt. Das haut nicht hin. Sehr bedauerlich. Wo ist die Seite? Hallo? Achso, er ist ja gerade hier. Ach, nicht gesehen. Gut getan hier. Zwischen Schnee und Eis. Und, äh, Gras. Euren schwächenden Farben hier. Ganz, ganz toll. Das ist echt nur Holz und Energie, was ich gerade brauche. Also, dann habe ich ja. In ganz guten Mengen, muss ich sagen. Hm. Habe ich das hier nicht hin? Achso, weil hier nicht... Achso. Hier. Okay. Nicht gesehen, was eben gerade. Ist okay. Ist in Ordnung. Hey, ein Haus. Ich bin the King of Häuserbau. Oder so ähnlich. Könnt ihr eigentlich ein bisschen weiter nach hier drüben hinkommen? Dann auch. Ich kann schon wieder ein paar Türme bauen und rumherum schicken. Ihr wisst ja. Riesige Reichweite von allem. Eine schöne Sache. Also, ich bin wieder mal froh, hier keinen Fischer-Bonus gemacht zu haben. Während der Mission hier wieder völlig sinnvoll gewesen. Geld. Bevölkerungsstärke. Ihr wisst das ganz genau, Mann. Immer gleiche Frage. Ja. Frag mich mal. Kommt dichter, kommt dichter. Der Sniper sieht euch. Pau. Aber die auch noch der Wind ist und so ist nicht. Ach, zu spät, Sniper. Viel zu spät. Ach. Das sind direkt welche, Mensch. Schön. Okay. Ich weiß, sehr viel von allem. Außer... Was fehlt mir? Ach so. Ach so. Da wohnt noch keiner drin. Auch gut. Aber dann brauche ich nochmal direkt weiter. Ich kann ja auch direkt die Großnütze bauen. Ist ja auch nicht verkehrt. Zack. Wenn es eben geht. Was geht jetzt dafür? Ah. Holz. Natürlich. Na klar. Was frage ich auch überhaupt erst? Ach, Pschere, welche von irgendwo. Was sagt? Äh? Hab ich schon 5? Ne, sind erst 3. Mal da. Gefällt mir nicht. Holt ihr den? Bitte? Danke. So. Überlegen, überlegen, überlegen. Ich werde mir noch ein paar von denen hier holen. Einfach, ne? Dahin. Mein, das Schöne ist echt, würde ich euch überschaubare Sache an, ähm... Ressourcen habe hier in der Kampagne. Ein Speck muss ich nicht so viel in- und her switchen und machen. Habt ruhig auch seine Vorteile. Da, da, da. Ich denke mal, ich schaffe sie heute auch noch, oder? Vielleicht die Frage, fiel ich jetzt noch. Ah, ich brauche noch ganz viel. Ah. Ich brauche 1000 Leute. Ich habe einmal 400 noch was. Das ist natürlich schon eine Ansage. Überhaupt nicht erfülle. Was heute noch geschafft wird, ich weiß es nicht. Schwierig zu sagen. Das Töte und Gegner da oben? Joa, das sehe ich schon irgendwie. Alles weitere? Na ja, mal sehen und so. So eine Farm gefällig bei Gelegenheit, ha? Ah, Energie. Energie brauche ich ja auch wieder mal. Na ja. Die Energiekrise trifft sich auch ins Spiel. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Na, lieber da oben hin. Oder? Ja. Ich könnte eigentlich gleich 20 davon bauen, weil ich glaube, ich baue noch um die 10 auf jeden Fall. Duah. Geh mal mit. Oh, oh. Der hat dich übertrieben. Okay. Da kommen einige gerade. Nach hinten. Aua. Das gefällt mir aber gerade nicht so. Ich musste auch noch die Fenster hinstellen. Das wird sonst hier nichts. Also Türme und Mauern. Wenn da so eine Menge an Gegner vorbeikommt, ganz einfach so, dann reicht das hier nicht aus. Ah. Ist hier alleine da oben. Egal. Holz haben wir ja. Als Hauptressource im Überfluss demnächst. Wo seid ihr da? Wo seid ihr da? Dann gehen wir nach oben hin. Äh, das ist natürlich klar gewesen. Okay, ich habe massiv Sachen wieder von allem. Das ist toll. So soll das sein. Eine Farm. Da, Geld habe ich nicht. Okay, ich habe alles bis auf Geld. Hm. Aber auch Geld hat eine gewisse Relevanz zu diesem Spiel. Ah, ich habe die Hälfte meiner Leute geschafft. Ich muss ja noch. Och, echt noch verdoppeln. Meine Fresse. Na gut. Echt noch verdoppeln. Na ja. Hilft dann ja nichts, nicht wahr? So. Macht mal weiter hier, bitte. Auf eigene Faust. Das läuft doch, oder? Ich hoffe, dass wir nicht da oben reingehen, den Typ anlocken, aber halte ich erst mal für unwahrscheinlich. Mal die Richtung stimmt. Tut das nicht. Das wird auch nichts hier unten. Back to the sniper. Okay. Ich bin mal Tag 21. Was ist das, dass ich die Musik sich seit wieder? Dichter oben rein. Ich sage es euch, Leute. Das haut nicht hin. Da sind wir noch lange nicht für bereit. Das geht nicht. Das geht nicht. Oh, ich habe ganz viel, ähm... Holz! Also, machen wir was damit, würde ich sagen. Äh, wo war es hier was? Ich glaube, ich baue eine generelle Mauer, oder? In beide Richtungen. Brauche ich natürlich noch ein bisschen mehr, äh, Radius jetzt auch völlig klar. Und das hier ist, äh, ungünstig, aber ist so, wie es ist. Zwei von der Sorte. Weil, da brauche ich es gar nicht. Da brauche ich auch, dass da unten. Also, einmal so. Und hier noch einmal so. Dann brauche ich drei, vier Tower hin. Dann müsste wieder einigermaßen abgesichert sein. Eins. Zwei. Ah, vier. Wenn wir nämlich es mal vier haben. Wo seid ihr da oben? Noch zwei für euch. Bin sehr großzügig heute. Ja. Sniper Guy. Sniper Guy ist unfähig. Der braucht einfach zu lange fürs Anvisieren. Nichtsdestotrotz, das hier steht so langsam. Langsam. Sehr langsam. Feuer. Ganz toll. Ich bin sehr stolz auf euch. Alles fertig. Mauer dicht machen. Wie gesagt, nicht optimal. Ach, jetzt haben die mein Ding zerstört. Wurde gar nicht gesagt vom Spiel. Frechheit. Aber man denkt da hin, oder? Das passt doch. Die Ecke im Visier ist in Ordnung. Zack, dicht machen. Zack, dicht machen. Und dann schon mal da wir hier reinsetzen. Gibt ja ein bisschen Reichweite nebenbei. Und das ist ja alles in Ordnung. Und Sichtweite. Ihr wisst ja. All die schönen Dinge im Leben. Und wenn ich mal dabei bin, schöne Dinge zu machen, dann... Machen wir doch hiermit gleich weiter. So gut es eben geht, Holz ist alle. Ich habe ja eine ordentliche Holzproduktion. Aber ich kann sie immer noch ein bisschen erhöhen. Und sollte es auch vielleicht tun. Äh. So wie dran am anderen... Ah, das ist ja unpraktisch. Das habe ich nicht bedacht, dass das so weit reicht. Äh. Aus der Traumpumpfieren, Holz an einer Stelle durch ein einziges Lagerhaus. Da vorne hin, ne? Ich brauche ja nicht so viel. Ich habe das meiste. Ich habe echt eine gute Holzproduktion. Keine Frage. Ich brauche jetzt nicht tausend Sachen da oben drauf. Ich wollte es ein bisschen ausnutzen, aber man muss es ja nicht übertreiben. Dann haben wir mal 13, das reicht ja noch aus. Dann habe ich wirklich mehr als genug. Zumal es ja auch vier Arbeiterfristen. Das ist auch nicht so, ich brauche eine große Armee und so weiter. Das ist okay. Energie haben wir auch noch einigermaßen. Farmwerf. Mittelfristige Sicht auch wieder ganz nett. Aber auch ein weiterer... Von der Sorte ist nicht verkehrt. Da hin? Ja, da oben hin. Nehmt ihr euch hier weg, das Ding? Es gibt natürlich nicht viel in der Farm, aber es gibt trotzdem was. Und das zu haben ist ja auch nicht verkehrt. Da, 25. Alles noch in der Farm. Ja, im Marktplatzbereich. Sehr geil. So. Und selbst da geht noch einer. Schöne Stelle hier für den Marktplatz. Ehrlich. Lagerhalle. Hammergeile Stelle. Jetzt echt noch Energie und Häuser bauen. Und natürlich meine Armee verstärken und verstärken und verstärken. Und ich finde auch wirklich... Absolut kein Metall, wollte er sagen. Und da hat er Metall gefunden. Und zwar schon eine ganze Weile vor meiner Nase, wie es aussieht. Oh, schön doof. Echt nicht gesehen da, Annecke. Gut versteckt, liebe Spieleentwickler. Habt ihr ganz toll gemacht. Verdammt, hab ich zwei... Ich hab jetzt zwei grad felsenig überschrieben mit der... Ah, was soll's. Und jetzt hab ich da Eisen. Das ist sehr wichtig und sehr gut. Für alles zukünftige. Ich denke, ich kann bei dem hier auf jeden Fall von den anderen Leuten ein paar gebrauchen. Aber ich überlege das mal ganz kurz. Ich überlege, ich gucke mal nach. Aber auch nur ein Arbeiter hat einmal Nahrung. Also ist schon intensiver, weil es braucht halt zwei dauerhafte Ressourcen von mir. Aber ich hab ja genug Nahrung. Ich glaube, ich hab wirklich... Menge Nahrung hier. Das ist nicht kein Hauptproblem. Das war im vorigen Spiel ein bisschen schwieriger. Hier ist es, glaube ich, kein Ding. So, zack, zack. Nein. Durchziehen bis zum Ende. Hier kommt ja keiner durch. Selbst wenn, das brauche ich nicht. Das ist okay. Da noch einen drin. Das haben wir hier drei. Da haben wir vier. Und da haben wir einen. Ein paar brauchen wir da auch noch. Aber das machen wir jetzt nicht sofort. Dann haben wir Zeit. Aber ich hätte gern sofort ein bisschen mehr Energie. Nee, ist echt so ein Ding. Das hab ich echt wirklich, wirklich wenig. Da. Da. Da einer hin. Da einer hin. Und ach, materialt wieder alle. Okay. Auch Arbeiter, ne? Viel Arbeiter, aber auch. Doch eine ganze Menge. Was ist ja die generelle Schwierigkeit dieser Karte? Ich hab wenig Energie. Fällt zwar jetzt nicht so per se auf, weil ich meine, gibt immer 30 dazu. Und die stehe ich auch. Das hat sich eins zu eins übertragen auf die Zahl da unten. Also das ist... Alles, wie es sein sollte. Oh, was war die andere Mission, wo er stand? Wenige Energie kann auch sein. Aber ich glaube, das war diese hier. Ja, ich hab einen, zwei gesehen davon. Mach's dir mal kalt. Dankeschön. Geht noch mehr von der Sorte. Danke. Geht. Joa, direkt dazwischenpacken. Plop. Und da. Mir reicht's. Ah, siehste, genau. Oh, ein bisschen vervollständige Sätze hier. Sieht sonst nicht aus, oder was? Man will's den Zombies ja nicht zu einfach machen. Oh, und hier ganz gerne ein paar Leute hier für die Mauern und Türme. Apropos, hab ich auch nicht genug. Komm. Da baue ich auch noch da oben noch hin. Mach hier auch noch die Mauern dran. Wobei, da kommt ja nicht gerade aktuell gar nichts. Irgendwie ist, lass ich, wie's ist. Das lass ich so. Na, ihr Zombies. Oh, guck mal, das Gold. Was ich gar nicht brauche, die Mission, glaube ich. Aber ist okay, ich kann's mir holen. Ich hab Steine. So viele Steine. Aktuell nicht so viel, wie ich sie benutzen könnte. Also, egal, was ich mache. Ich kann nichts damit machen. Das wisst ihr ja. Ich hab einfach nichts. Ihr macht das schon, oder? Na, ich glaub nicht. Wie immer zu übermütig hier von mir. Stopp, Feuer. Und noch einer. Das schafft die auch noch. Genau. Ich müsste eigentlich die nach unten schicken, aber... Ah, nicht ausschwärmen. So, da hinten. Ich hab hier zu tun. Ach, guck mal. Da kommen Leute. Gerade, wo ich sag, ich brauch da nichts mehr, ne? Tolles Timing. Um mich vom Gegenteil überzeugen zu wollen. Sticker schaffen sie nicht. Das schaffen sie nicht. Ah, Bär. Steinbruch. Da wär einer gut. Und hier. Wären bloß vier, wenn ich so mache. Ich glaub, ich bringe nix. Vier. So geht's aber. Da baue ich den hier hin. Kann ich da noch hin. Mal 5. Lohnt sich nicht wirklich, aber hey, komm, mach doch. Und wenn wir schon dabei sind, gleich meine Produktion ein bisschen erhöhen. Übrigens, das stackt nicht. Ich hab jetzt aber die Mühle unten im Visier, Quatsch. Die Holzsachen und so im Visier, aber das bringt nix. Das geht nur einmal. Bevor auf die Idee kommt, das haut er ja nicht hin. Hab ich schon getestet. Wär aber auch zu einfach dann, ha? So. Rein mit euch. Feuer frei auf alles, was sich bewegt. Es sind doch mehr Infizierte hier, als ich gedacht hätte. Tolle Karte. So. Zack. 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 Und abgebaut, das Ganze. So. Hier ebenfalls noch eine Reihe dazu. Und das war's wieder. Holz ist alle. Lange nicht gehabt, aber... Ist ja ruckzuck wieder aufgefüllt. Dafür hab ich ja gesagt. Tausend, tausend, tausend verschieden. Oha. Bleibt mal ein bisschen mehr zusammen. Das gefällt mir so nicht. Ihr seid nur gemeinsam stark. Ich weiß, das ist abgedroschen, aber hey, es stimmt. Nummer 2. Plus 2 produziert von der Sorte? Oh, ist ja noch einer gern geheim. Nee, sieht nicht so aus. Ich glaube, ich bin ein bisschen weiter nach unten bauen sollen, oder? Nein. Arme sind wir hier, alles gut. Aber ich sollte vielleicht noch... ...den eher voll machen, ist den da oben. So. Das ist besser. Ja, immer. Verdammt, die Auf... Wow, es ist mir so spät. Oh nein. Von wegen, ich schaff's heute gar kein bisschen schaffen. Oh Mann. Mann, unterschätzt es doch ganz schön. Das Spiel doch wieder so. Zett im Anspruch dann für einen. Naja. Aber wir machen noch ein bisschen was. Da, 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 da. Immer schön weitermachen, liebe Leute. Das kommt doch endlich Eisen rein. Oh, wie schön. Kann ich mal diese Leute bauen? Die werden wahrscheinlich bitter nötig sein. Für den dicken Typen da oben. Ich will was hier mal einen Trupp reinschicken. Da muss auch noch ein bisschen was ganz tolles für mich sein. Versteckt, aber ich weiß es nicht. Ich mache schwer nichts. Das ist doch nicht. Angreifen. Ah, und da kommen welche. Macht das mal, ja? Die spätten sich schon wieder auf. Das gibt es doch einfach nicht. Sollt ihr nicht. Habt doch alle oben mehr als genug Ziele, oder? Da müsst ihr nicht wo alles hin verziehen. Das ist doof. Ah. Wahrung fehlt. Ja, Mensch. Ich wollte immer wieder eine Farm bauen. 62. Ist jetzt nicht optimal, weil es voll gebaut wurde, aber hey, was soll's. 65, viel mehr kriege ich sowieso nicht raus. Warte mal hier. 62. Hammer, gutes Setting. Mit der Lagerhalle hier. Einfach geil alles im Visier. Hier war noch ein ganz guter Spot für sowas, aber ich hoffe, es hier reicht im Wesentlichen aus. Werden wir sehen. Ich glaube, nein. 24 ist nicht sehr geil. 48. Das nehmen wir noch mit, oder? Ah, nicht mehr drin. Aber ach, der hier oben. Ach, siehst du, der hat ja auch noch seine Reichweite jetzt. Hahaha. Läuft. Ich ganz vergesse, der jetzt einen neuen da oben habe. So. Ganz vergessen. Boah, ich läuft das, ja? Cool. Weitermachen. Jetzt auch wieder die Cut zu Ende, wie es aussieht. Dann kommt da wohl nichts mehr. Der macht mir echt ein bisschen Sorgen, der Typ. Das mache ich auch nicht wirklich sehr wichtig. Wie ich da mich auch nicht ran bauen soll. Das ist keine sehr gute Verteidigungsmöglichkeit hier. Oh, oh, oh. Was das noch werden soll. Oh, das kommt. So. Das hier auch so weit clean. Ah, ich komme schwer. Da kam es gerade ausgespottet. Habt ihr gesehen, ne? Die schießen Schweine. So. Das hier oben fast alles dicht. Beklärt. Fehlt noch dieses bisschen hier. Da bin ich überall auf der Karte gewesen. Das ist ja auch nicht verkehrt. Da. Stopp. Ach, du Kacke. Da haben wir noch ein, zwei Gegnerchen, wie es aussieht. Ja, ich sehe sie doch. Ja, aber ich habe genug Leute hier drin, das läuft. Ich könnte da ja auch einen Turm hinbauen. Nur so aus Prinzip. Geht halt ein bisschen besser damit, ne? So, ich habe nur so wenig Energie schon wieder. Oh, Mann. Aber gut. Also hier kommen mir unseren zu erreichenden Zahlen immer näher. So ist es nicht. Ich möchte nicht sagen, dass ich da jetzt extreme Probleme habe. So, Ende aus. Energie reicht nicht mehr. Dann holen wir uns davon noch ein bisschen was. Das ist kein Ding. Hier war kein Platz mehr dafür. Ja, schön an jedem packen. Oder. Ja, hier so vielleicht. Und Ende. Keine Materialien mehr übrig. Vielleicht mal doch ein bisschen Gold. Na ja, was soll's. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Komischerweise hat die jetzt aber gut auf da unten. Das ist mein Turmhals noch nicht fertig gebaut. Alter. Fast ein Verlorener. Warte doch nochmal ein bisschen spannend hier an der Stelle. Die mögen wir keine Türme von mir. Ja, na ja, das passiert halt. Uah. Aber so muss es nicht passieren. Das war dumm. Feuer, Feuer, Feuer. Rein mit euch. Reparieren. Was ist immer jetzt kaputt? Ich weiß nicht genau. Keine Ahnung. Zack, zack. Äh. Geht nur so begrenzt an der Stelle. Zack, 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 zack. So. Warten wir kurz, ha? Da noch so ein hin. Auch noch. Na, sei auch Quatsch. Ach so, hier ist schon Schluss. Nee, warte, dann gleich eben ab. Dann setze ich jetzt bis weiter nach vorne. Ist ja schade. Ich habe mich ein bisschen anders vorgestellt, aber was soll's. Kriegen wir alles gebacken, liebe Leute. Das wäre ja gelacht. Weitermachen, bitte. Ihr habt noch einiges vor euch hier an der Stelle. So, und währenddessen, ich habe meine auch mal 1.000, was geschafft ist, ich gerade. Da fehlt nicht mehr allzu viel. Das ist doch mal schön und achten. Ach so, ich wollte sagen, das geht, das geht nicht. Schön. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Auch nur noch ordentlich Armee. Da fehlt wieder Gold. Ja, ich kann mir da Gold abholen. Ich habe ein Einkommen von... Da habe ich das Stromversorgung. Tatsache, das Strom. Toll. Hätte ich das mal früher gefunden. Jetzt bräuchte ich auch nicht mehr. Egal, ich bräuchte auch nicht mehr Gold hier, weil es auch nur... Na, es gibt halt 200 dazu oder sowas. Nicht 350 oder keine Ahnung, das ist überschaubar viel. Und ich bekomme jetzt eine ganze Menge Income. Also es reicht mir. Würde ich mal dreist behaupten. Na klar, man passt sich immer an an diese Umstände. Wenn man mehr Geld hat, gibt man auch mehr aus und so weiter. Aber aktuell reicht mir das völlig. Zack. Nein, Materialien alle. Ach, die Nahrung fehlt. Aber es müsste eigentlich reichen, um das voll zu kriegen, mit der Meinung. Und dann könnte ich vielleicht noch eine schöne Farm hier hinbauen. Oh. Wenige effektiv als gehofft an der Stelle. Ich brauche Nahrung für meine anderen Einheiten. Die müssen mir da eingefallen. Bleibt ja auch nicht aus. Hier schluss. Fast so aus. Ja, das würde ich so nicht sagen. Ich mag den nicht, diesen Dicken. Der muss sterben. Ich hoffe, der kommt nicht rüber zu mir gelaufen. Das wäre unschön. Zug kommt wann? Vier Stunden. Das sind auch noch fertig, die Gebäude. Dann könnte ich meinen ganzen Schlag... Ich habe ja nur einige dunkle Gebäude. Oh, er kommt schon. Scheiße. Nein, das reicht nicht. Weil ich müsste damit schon eigentlich auf das Maximum kommen, was ich brauche. Ja. Gerade auch geschafft. Alles drin. Das habe ich geschafft als ein Ziel. Das Wichtige. Jetzt nur noch Einheiten bauen. Wobei, ich brauche natürlich Nahrung für die Einheiten. Diese Einheit hier. Und dann kann ich die Karte auch so ziemlich bänden. Das schaffe ich heute auch. Ich bin schon wieder bei der Zeit. Ist egal. Ich übertreibe bei dem Spiel auf dem Ball immer wieder. Es ist einfach so. Das passiert dann einfach. Ich will jetzt hier heute noch durchziehen, das Ganze. Dafür wollen wir noch ein bisschen Nahrung. Da komme ich nicht drum rum. Egal, was ich will und tue und mache. 40. Was fehlt jetzt schon wieder? Ah, Energie. Da kann ich aushelfen. Stopp. Feuer. Energie einsammeln, bitte. Feuer. Jetzt geht das nämlich auch ohne weiteres. Pause. Nö. Die Farm, bitte. 52. 42. Ja, mehr wird es hier nicht. Und dann könnte man ja noch eine Lagerhalle bauen, ne? Kriege ich nicht alle rein, aber... Das soll doch in Ordnung sein. Ah, so ist die nicht drin. Na, zwei Farben sind drin. Soll mir reichen. Siehst du, ich wollte meine Mauer noch weiter bauen. Auch noch nicht passiert. So. Da kommt man schon, wenn ich siehst. Gutes Timing. Ihr macht das, ne? Und das hier bildet weiter schön aus. Ich habe bei mir erst genug Ressourcen, Income und so weiter jetzt für alles. Und ich muss jetzt auch eigentlich gar nichts mehr bauen. Ich habe, glaube ich, mehr als genug Arbeiter, um jetzt noch zig von der Sorte hier mitzuholen. Ein Arbeiter, ein Kämpfer ist ein zweites Stück. Das wird, glaube ich, sieht aber fies auf der Karte aus da oben. Würde auch hier locker reichen. Um mir eine riesige, riesige Armee zu machen. Da habe ich null Zweifel. Die Frage ist nur, ob alles reicht hier, was ich brauche und machen will. Und ich müsste eh noch ein paar Verteidigung aufbauen. Ja, ich glaube, ich mache es noch nicht, aber der Fälle ist genug. So aus, weil es noch ein bisschen länger dauert, das Ganze hier. Ein klein wenig. Wollen wir ja dort neu spawnen? Ich kann meine Mission nicht erfüllen. Alles eliminieren. Ja, wie denn? Das hier ist meine neue Zeit, würde ich sagen. Wie ist meine zwei eigentlich? Oh, hier haben wir zwei ist elf. Die andere ist 13. Die älteren auch so, ich verstehe. Das ist schön. Ich könnte mir auch eine zweite Kaserne bauen, um das zu beschleunigen. Fällt mir gerade so ein. Energie haben wir genug dafür. So viele Gegner überall. Oh, der Thomas da, glaube ich, doof. Aber die treffen trotzdem von da, okay. Wäre natürlich auch schön, dass meine Typen hier ein bisschen auszubilden und Level steigen zu lassen. Aber ich glaube, es wird wohl eher nichts. Ich fange schon mal mit leichten Hindernissen für den Dicken an. Ich glaube, großartig. Ähm... Äh, äh, ne? Türme bräuchte ich da jetzt nicht, das ist Quatsch. Wenn ich meine ganze Armee angreifen muss, muss ich dann zurückziehen, gegebenenfalls. Und damit dann jeder weiteren Wand positionieren, um mir ein bisschen dann ackern zu lassen, bevor ich da rangehe. Wo wollt ihr hin? Kommt mal hier nach unten. Oder warte, am besten hier. Hier ist gut. Hier ist super. Dann nehmen wir die gleich mit, würde ich sagen. Und wir können auch die eigentlich noch besser. Wir nehmen die mit. Der ist ja auch fertig. Baba, baba, baba. Zack. Mal nach hier alles schicken, ja. Dann können die auch ein bisschen Level nebenbei. Das wäre ganz, na, ganz gut, denke ich. Und ich verteidige dir ein bisschen, falls da was kommen sollte, was ich nicht glaube. Zack, 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 zack. Das ist jetzt doch eine schöne Armee, oder was? Mitmachen. Geh mal ran, da oben. Guck mal, da hast du auch noch. Energie, hey. Wenn, brauche ich noch Energie für irgendwas. Und die Energie gibt es jetzt. Fein, fein, fein. Zack. Ja, das läuft alles hier. Aber wenn man ganz viele Viecher hier ist, das ist unglaublich. Da denkst du schon, dass ihr killt. Und dann kommt noch so viel hinterher. Na ja. Ich hab so viel Nahrung und alles. Und mehr als genug von allem, was ich brauche. Ich könnte immer noch ordentlich mit Völker noch zu holen, aber ich hab so viel Gold, aber ich brauch nicht so viel. Ich hab einfach alles. Kommt mit hier. Kommt alle mit. Das ist eine große Familie. Vor allem jetzt die Schwierigkeit, dass man wenig Energie hat, dann haben wir ja die ganze Energie, die man finden kann, ist auch ulkig irgendwie. Dann sabotiert man auch irgendwie selbst den eigentlichen Schwierigkeitsgrad. Feuer. Bis die Levin d'Ausabineweiler schaffe ich wohl ja nicht mehr. Kann sein, dass ich hier durchgehe. Das bin ich ganz sicher. Geht auch fast so aus. Oh man, der dicke Wappel, ich müssen sorgen. Ich hoffe, das schaffen wir trotzdem. Ei. Ei. Was wollt ihr denn hier? Verzieht euch. Habe ich nichts getan. Ich wollte erst noch. So. Geht auch. Na, wie geht's aus? Da kommt noch was dazu. Kommt. Habt euch mal nicht so. Na, hab ich schon gemacht. Sehr schön. Kurz Pause. Wobei, ach. Ich kann weiterlaufen nebenbei. Ich bin natürlich echt schön, dass Spikes zu haben oder irgendwas, was ihn verletzt zu an Waffen und so weiter. Habe ich ja alles nicht. Aber das wird auch völlig ausreichend, um ihn aufzuhalten. Und dann meine Armee, der versteckt und so weiter bis die andere ist, klar. Da sehe ich kein großes Problem tatsächlich. Äh, da, 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 da. Mal da schicken. Immer ein bisschen aufholen. Andern sind wir zu schnell für euch. So massiv viele Leute gerade hier. Schön, 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 schön. Achso, das ist auch schon im Arten. Bin ich gespannt, ob es da durchgeht. Und ja, es scheint durchzugehen. Natürlich gibt es da durch. Ich hoffe, ich lockte den jetzt nicht an da oben. Könnte natürlich theoretisch auch passieren. So. Immer noch diesen hier. So. Machen wir das? Was soll's? Machen wir. Ich meine, es reicht dann aber auch an Walls. Ich will den hier abfangen. Kaputt schießt man da aus. Da nochmal, da nochmal von vorne. Es sollte funktionieren. Zumal ich auch nicht weiß, wie schnell der ist. Wenn er langsam läuft, dann kann ich einfach so wie ich auch immer. Kitten, den Typ und dann geht er sowieso drauf. Ich würde einmal hier hinschicken. Alle, ja, das ist wieder völlig outdated euer Zielgebiet. Du kommst da, ne? Und du auch, ja. Am Herzen ist lustig, dass manche, dass er hier viel, viel mehr, aber nein, ist es gar nicht. Da, 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 nein. Kommt runter, sonst macht er da oben Quatsch. Das war vor euch, wenn ihr klickt, nehme ich zu. Das ist gar nichts mehr für mich, das ist ja traurig. Ja, da hilft es ja alles nichts, das muss ich gleich auf die nächste Sache runter. Da, den Typ angreifen da oben. Piu, 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 piu. Ja, per se bin ich doch sehr sicher mit allem und so. Also ich bin in einer sehr guten Position. Ich bin wirklich, wirklich gewappnet. So, ich schicke dich schon mal nach hier oben hin. Ich glaube, es wäre sinnvoller. Ich habe da, wo ich bin, genug Leute. Wüsst ihr was? Seid doch mal so gut und kommt da unten hin, ja. Bapapapa. Ich habe deutlich mehr von denen hier in meiner aktiven Mamee als Jäger. Ich glaube, ich habe genug, um die zu zerstören. Ich hoffe es einfach mal. Denn ich werde es gleich tun. Ich weiß es nicht, ich habe echt Bammel, mir jetzt das Spiel zu verschießen, weil es doch nicht genug ist. Aber man spielt doch wieder zwei Stunden. Ich habe ja jetzt knapp zwei Stunden gespielt dafür. Wäre jetzt ärgerlich, wenn ich dann doch draufgehe. Ne, ich bleibe mal da, ich wüsste ich zu mir dazu. Ist hier keiner mehr? Guck mal lieber nochmal. Das ist aber echt eine schöne Karte, muss ich sagen. Das ist eine tollen Option für Grünnuss bauen und für, ne? Hapapa auf Survival Card nicht so oft so ein schönes optimales Szenario. Aber gut, das ist halt ein anderes Spiel, das soll ja auch so. Was du da? Ehrlich mal, was soll der Quatsch? Kann ja wohl nicht sein. Na gut, dann machen wir es noch ganz fix. Dann müssen wir damit durch sein und dann schätze ich mal, habe ich das Ziel heute auch erreicht. Aber ich bin echt, ah. Aber weißt du was? Komm mal her, Sniper Mensch. Das ist noch so eine Idee. Der macht zwar nicht viel Schaden als Einzelperson, aber er kann von weit weg immer mithalten. Das wäre bestimmt nicht verkehrt. Und dann greife ich einfach gleich mal an den guten, äh, Rote-Punkte? Wo? Ach da! Ja, traut euch mal ran. Ich habe echt Bammel. Alter, 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 alter. Na ja. Bist du mal durch den guten Mann? Da bist du nicht Platz, dass du mich selber wirst. Rein mit dir. Wir haben eine mega fette Armee. Hab Zeit immer gebaut? Ich greife jetzt einfach an. 3, 2, 1, los geht's. Okay, er ist schnell. Ach du Scheiße. Er ist schnell. Und der macht alles kaputt. Ich habe es geahnt. Er hat Flächendamage. Fuck. Ich habe mir zu viel Lachen verloren. Einfach so. Und zurückziehen. Das wird doch ziemlich eng. Das wird ziemlich eng. Fuck. Ich hätte noch viel mehr gebraucht. Aber ich kann zumindest hier nochmal eben einen auf mehr Verteidigungssachen hinbauen. Um das noch rauszuzögern. Ich denke, ich schaffe es, aber es wird eng. Doch, es wird eng. Oh, hier ist Ende. Ach, wir Gegner. Ach, toll. Kommen da noch Zombies von oben runter. Ich spinne ja wohl. Was für ein Scheiß-Timing, Leute. Beschissenes, beschissenes Timing. Aller meiner Buche zum Tod jetzt, ja. Gibt es ja wohl nicht. Sniper-Guide, du bist auch nicht tot, ne? Na, ist egal. Zurück. All zurück. Aber er wird es nicht überleben. Kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das hin. Ja, schon halb, über halb tot. Ist aber schon böse, der Gute. Okay, zurück, zurück, zurück. Gefällt mir nicht, aber ist egal. Wir schaffen das. Zurück, zurück. Okay. Wir haben es. Er ist tot. Die eine große Gefahr. Jetzt doch ausbilden. Und Search and Destroy Befehl aktivieren. Echt nicht viel bis bald von meiner eigentlichen Armee. Aber. Das große Hindernis war er. Es ist weg. Der Rest läuft jetzt auch noch. Alles reparieren, bitte. Zerstören, suchen, töten. Alles wegmachen. Mit ein bisschen Glück war es schon der Einzige. Nein. Jetzt hat er die einzelnen Typen suchen, die irgendwo rumlungern. Das nervt natürlich. Kennt man ja schon zu Genüge aus anderen Spielen. Ja, wir haben es im Prinzip geschafft. Zack. Lauft und sucht. Und das können eigentlich alle Türme machen. Zack. Und alle Einheiten. Search and Destroy. Trial. Wir haben es. Uff tata. Schön. So, liebe Leute. Das soll es gewesen. Wenn wir heute wieder mal maatslos überzogen. 20 Minuten. Hey. Neue. Oh. Ach du Kacke. Hahaha. Sind gar nicht wenig. Aber ist egal. Beim nächsten Mal geht es weiter Sonntag. Bis dahin. Gabt euch wohl. Ciao. Ciao.